Die Orgel, Königin der Instrumente, verleiht dem Gottesdienst eine besondere Würde. Wenn sie gut klingt. Schön klingt anders. So. Schon. Aber dieser Orgel droht der Abriss. Wir hätten da eine Chance und die bedeutet renovieren, überführen und installieren. Wer soll das alles bezahlen? Und deshalb haben wir den Orgelbauverein St. Trochus gegründet, der sich über jede Spende und jedes neue Mitglied freut. Jetzt sind wir alle gefragt. Wir haben die Spende und 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 die